Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich hab Arsch, du Wichser! Hast du einen gekauft? Klar hab ich einen gekauft! Wo hast du das gelernt? Ich hab zugeguckt. Ganz einfach! Soll sich anfühlen wie ein Babypro. Und wieviel verlang ich nochmal? Du hast den ganzen Belag gewachst. Also mindestens 200. Würdest du uns befreunden? Ja! Oh vielen Dank. Danke Madame! Wir haben deinen ganzen Kram ausgegraben. Den kleinen Müll zum großen Müll. Und, wie findest du sie? Die Spitze. Die macht einen hübschen Arsch. Ach, du bist doof. Wo wohnst du sonst, Simon? Natürlich bei meinen Eltern. Unsere Familie ist wie die Bronx. Deshalb ist er da. Er kommt, er geht. Was ist das für eine Geschichte? Was soll denn der Scheiß? Ich hätte es dir 100 pro noch gesagt. Was wird das schon ändern? Was wird das schon ändern?